So, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk. Und heute dreht es sich um Weihnachten. Okay, es dreht sich eigentlich nicht um Weihnachten, sondern ich wollte nur einmal allen da draußen eine schöne Weihnachtszeit wünschen, schöne Feiertage, lasst euch schön beschenken, verbringt eure Zeit mit der Familie und guckt keine Videos auf YouTube. Man schätzt immer schön die Let's Plays weiter hingucken. Und ja, das soll jetzt auch nicht das allzu lange Video werden. Ich habe ja mal ein recht witziges Bild, finde ich, ausgesucht. Und ja, wir können jetzt ja mal das Video stoppen, um euch das alles in Ruhe durchzulesen. Und ja, frohe Weihnachten, bis dann. Und ich lege jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Tage Pause ein und verabschiede mich hiermit von diesem Let's Talk, was nur etwa 50 Sekunden dauert, und sage Tschüss, schöne Feiertage und auf Wiedersehen.